Hallo YouTube und hier ist wieder euer Sana und willkommen zu Guild Wars 2 und wir sind tot, aus irgendwelchen Gründen. Ich habe gerade das Spiel gestartet und ja, wir sind da, wo wir im letzten Mal waren, nur in tot. Aus irgendwelchen Gründen ist hier irgendwer vielleicht, dass wir vielleicht warten können, ne ne. Aber, ich überlege, ob hier wirklich warte, hier ist gerade ein Event. Zerstört Weinfässer und tötet Geister. Ja, da kommt wer, da kommt wer. Ey, du, hilf mir auch. Ey, wir müssen doch nicht weglaufen. Ich könnte jetzt einfach zu einer Wegmarke zurückkehren, aber was ist das hier? Achso, ne, kein DLC. Ich kann ja erstmal durchgucken, was ist das hier? Beutel mit Lorbieren, cool. Können wir da mal durchgucken, vielleicht kommt der Herr ja mal. Ich habe keinen Bock, mein Geld für eine Wegmarke zu verschwenden. Ja, ich liege hier tot rum. Du kannst mir ruhig helfen. Was ist das? Ihr habt euch durch bereits abgeschlossene Erfolge, mhm, was auch immer das heißt. Ey. Hier. Hier hinten. Ja. Fast. Ja. 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 Ach komm schon. Komm, komm, komm. Ja. Ja. Komm. Ja. Ja. Du hast... Jaaaa. Guck. Man muss nur warten. Man muss nur warten. Man muss nur warten. War jetzt vielleicht ein bisschen langweilig die erste Minute, aber ist ja auch egal. Ähm. Ja. Ich hoffe ihr habt ein schönes Fest gehabt und so. Ich weiß nicht wann ich das hier hochlade, aber es ist grad ähm... Welchen haben wir heute? Den fünften. Den fünften ersten. Da seht ihr mal wie spät ich hochlade. Ich... Keine Ahnung wann ich das hochladen werde. Danke. Gibt's hier Emots? Ich weiß es nicht. So. Ähm. Ich hab auch ne Weile nicht mehr gespielt. Ich muss mir erstmal wieder reinfinden. Ähm. Oh. Oh. Verdammt. Ähm. Okay. Da liegen ein paar NPCs tot rum. Die sind nicht so schlimm. Aber äh. Den mach ich mal mit weg. Hallo? Achso. Ich hab ja... Oh nein. Bin ja jetzt ein Nahkämpfer. Hab ich gehört. So. Ihr habt... Achso. Das ist... Das war gar kein Event, ne? Ah. Vorhin war ja noch ein Event, als ich das Game gestartet hab. So. Zack. Uh. Oh. Das ist jetzt nicht gebracht. Ah. Ja. Ich hab die Mechanics. Huch. Ah, da ist noch eine. Ähm. Mhm. Und so. So. Durchsuchen. Machen wir erstmal Wein. Weiter hier. Uh. Was kann das hier? Werf die Flasche. Mach ich doch gerne. Warte mal. Ist irgendwer auf dem man die werfen könnte? Da. Zack. Ich hab dich mit ner Flasche abgeworfen. Zack. Und druff da. Und... Einen auf den machen. Und diesmal hat er getroffen sogar. Nicht schlecht. Oh. Fuck. Oh. Zack. Okay. Warte mal. Ja. Ich weiß noch gar nicht, was wir hier gerade machen. Ich glaub wir machen gerade diese, diese Quest da oben hier. Also ich hab jetzt eigentlich mal gesagt, wir machen die jetzt. Mit diesem Typen, der uns gerade wieder erlebt hat. Sehr nett von ihm da. Zack. Ja. Ja. Wo war ich überhaupt gerade? Und ein Ding ins... Ja. Ich hoffe. Ihr hattet gute, schöne Feiertage und so. Warte mal. Ist das für mich? Und... Ja. Ich versuche hier zu reden. Aber ich werde einfach abgelenkt. Und... Ja. Es war Weihnachten, ne? Äh. Was hab ich grad gucken? Äh. Ausrüstung. Genau. Ich bin heute ein bisschen durch den Wind, glaub ich. Ah, das Ding kann ich nicht ausrüsten. Schade. Er kann... Das ist bestimmt für Mechaniker oder so, ne? Oh. Jetzt hab ich gedrückt. Huh. Ich hab grad, glaub ich, meine komische Fähigkeit rausgenommen. Die ist für... Auf jeden Fall steht da nicht. Naja. Aber jetzt ist noch ein Quest weiter, weil ich grad so blöd zu reden bin anscheinend. Ähm. Äh. Und zum Springen auch. Super. Ich bin wirklich in Bestform heute, glaub ich. Ich bin auch... Er ist vor zwei Stunden auf... Er ist vor zwei Stunden aufgestellt. Aber das muss bei mir nix heißen. Machen wir so nie was dann. So. Zack. Aber... Dafür... Sind wir jetzt auch damit durch. Perfekt. Huch. Ah. Ey. Reib... Reib die Charne. So. Ähm. Gucken wir uns mal an. Dann kriegen wir das. Übersch. Glücklich wahrscheinlich. Genau. So. Was können wir noch alles machen? Ja. Ich merke schon heute, ich bin ein bisschen verpeilt. Ähm. Warum kann ich bei der 6 nix auswählen hier? Nicht als strange. Auf mir nachzulaufen. Lass mich in Ruhe. Ah. Ich rette dich. Ich rette dich. Ich rette dich. Jetzt sind's auch. Rettet mir ja gar nix. Rette nicht. Unrecht. Was ist denn das? Ist das ein... Ach. Ich kann nix sehen. Das ist anders. Wenn's ein Nekromant ist. Die können sich ja bei sowas ganz gut zurechtfinden. Ich hab ja auch noch einen Nekromanten. Dann... Also beim... Wenn die gerade am verrecken sind, sind's wirklich recht gut. Ah ne. War der gerade am verrecken? Ne. Guck. Jetzt hab ich dem Typen auch geholfen. So. Ähm. Aber ich will jetzt mit dem Typen hier erstmal reden. Der zeigt uns, wo wir sonst noch sehen können. Willkommen im echten Ashford. Okay, im echten. Gibt's noch ein falsches? ...hundertelang verwüstet. Wir werden es uns von ihren Geistern zurückholen. Und unser Heimatland wird wieder uns gehören. Okay. Ist... Ist schön. Das interessiert mich grad irgendwie nicht. Ich ehrlich sein muss. Ähm. Ja, keine Ahnung. Das ist ein MMORPG. Wer scherzt um die Story bei einem MMORPG? Hallo? Ja. Ähm. Keine Ahnung. Was kann man denn nochmal schönes machen hier? Gibt's hier irgendwas interessantes, was irgendwie... Wär ich grad getötet? Ne, mein Viech wird getötet. Das geht auch. So. Wir könnten Dinge machen. Aussichtspunkt. Hier gibt's auch nichts irgendwie interessantes. Gibt's hier irgendeine Quest machen oder so? Eine Hauptquest? Ne, ne? Hildenpunkt verdient. Was immer das wieder heißt. Ähm. 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 Kann man irgendwie... Ne, kann man nicht, ne? Ne, kann man nicht, ne? Schade. Dann... Würde ich einfach mal sagen... Ich lauf ungefähr in die Richtung. Ach guck. Der... Der braucht mich gar nicht. Hahaha. Das ist ja immer geil. Ähm. Hier, ach ne. Das kann ich jetzt erstmal nicht zerstören. Ja, nice. Ähm. Ähm. Tiergefährtenwechsel. Ne. Soll ich mich sowieso mal interessieren, wie das dann läuft. Ach, hier ist nur so ein kleiner... Dingens. Kleiner... Außenposten oder so. Der Trümmer-Trupp macht Meldung. Roller aus dem Wald vertrieben. Ohne Gnade. Ohne Gnade. Genau, sehe ich auch so. Gut gemacht. Ab dem Verpflegungszelt. Marsch, marsch. Okay. Aber also wirklich... Was Geiles machen kann man hier nicht, ne? Ich guck mal wegen Ausrüstung oder so. Zack. Äh. Ach naja. Gut. Der macht nur so ein Kram. Das hat mich sowieso nicht so wirklich... Keiner auch nicht versteht. Ja, das ist später irgendwie für Beruf oder so. Gibt es da noch einen Zweck für. Aber so weit bin ich noch nie gekommen. Sonst kann man das einfach nur um irgendwelche... Ressourcen abzugrasen sozusagen benutzen. Aber wie gesagt, das... Noch spammt man. Das ist einfach nur ein Inventar voll und da habe ich keinen Bock drauf. Äh. Gibt es hier keinen ganz normalen Händler? Das ist doch hier hinten, ne? Hier? Ach ne, hier drinnen wahrscheinlich. Wo es keiner so sieht. Ne. Ne. Hey, hallo. Hallo, lass mich durch da. So. Oh, jetzt bin ich gerade ausgewichen. Steht doch auf der Karte hier irgendwas, ne? Habe ich jetzt durch. Doch, da drinnen sind sie. Ach da. Hier kommt man rein. Sag das doch. Dann gehen wir da mal rein, ne? Wenn ich nicht zu dumm wäre. So, warte. Ich habe das Gefühl, so soll man hier... Ach, warte mal. Ich bin dumm. Ich muss sagen, ich habe das Gefühl, man soll sowieso nicht hier nicht hoch. So geht das nämlich. Hi. Wenn's kaputt ist, setzt es was. Ja, sehe ich auch so. So, was haben wir denn hier noch alles? Ich kann hier irgendwie... Ah, hier. Sperrschleuder. Das ist... Ist das vielleicht so eine Unterwasserwaffe? Weil da hat man ja... Hab ich irgendwie... So eine schon? Ah, du kannst mir nichts sagen. Ähm, der Waffenwechsel der Stufe 10. Unterwasserwaffe. Genau, sowas habe ich nämlich noch gar nicht. Mach ich das dann mal? Kaufe ich mir das? Ja, komm runter. Äh, ich kaufe mir glaube ich mal... Was ist das? Ah, den kann ich nicht benutzen. Kann ich zwar benutzen, will ich aber nicht. Mächtiger Stab. Elite Spezialisierung Doil. Okay. Was soll mal das wieder heißen? Das ist mein nicht nur Unterwasserwaffe. Die kaufe ich einfach mal. Weil das ist... Warte mal, ich hatte schon eine davon. Ach, jetzt zwei. Okay. Ich glaube, man muss nur einmal klicken. Kann das sein? Ach, naja. Okay, warte mal. Dann verkaufe ich die alten anderen wieder. Zu dumm bin. Ähm. Nee, aber da. Verkaufen. Schrott verkaufen. Perfekt. Okay, was hast du noch so im Angebot? Nichts weiter, glaube ich. So, nochmal gibt's hier oben noch einen. Mal heute erstmal ein bisschen Shopping, ne? Hier oben. Die wollen doch wirklich nicht, dass man hier einkauft, seit ich das Gefühl. Ich habe, was ihr braucht. Aha, so einer schon wieder. Nee, du hast nicht, was ich brauche. So, hier oben ist noch was. Ob hier noch einer steht? Ja, genau, Rüstung. Es gibt nämlich noch Unterwasser-Dinger, glaube ich. Gucken, wie die sich nennen. Atemgerät. Ah ja, Atemgerät. So ein Atemgerät habe ich auch nicht. Und zwar recke ich wahrscheinlich nur. Ist sowas hier nicht verwendbar? Ähm. Wer hat gesagt, die sind schon besser hier, ne? Kraft. Einmal da. Kann sein, dass ich jetzt wieder zwei gekauft habe, verdammt. Ähm. Mächtige Rohlederweste. Das ist besser. Ne, man muss schon Doppelklick machen. Das war schon richtig. Ähm. Plus zwei Kraft, plus zwei Kraft. Ja, gut. Schränkt sich ja nicht viel. Ich kaufe mir einfach den ganzen Kram. Ich habe genug. Ich habe genug Kohle. Das ist anscheinend ja accountübergreifend, also nicht accountübergreifend, sondern charakterübergreifend ist. Sonst habe ich noch gar nicht, ne? Rucksacktrageriemen. Das hat zur Benutzung von dekorativen Rucksäcken dient. Was auch immer das wieder heißt. Okay. Dann erstmal wird das alles ausgerüstet, würde ich sagen. So. Einmal das. Dann musst du die natürlich nur alle finden hier. Zack. Und das hier. Genau. Sieht doch gleich ein bisschen anders. Das sieht irgendwie scheiße aus. Egal. So anhören den hier noch. Genau. Was haben wir nämlich noch gar nicht? Uh. Achja. Wir sehen sowieso so aus. Also es ist scheißegal. Und jump. Au. Okay. Dann. Gehen wir doch erstmal weiter. Was haben wir denn noch so alles zu tun? Pass auf diese kleinen. Ich weiß mal nicht so, was so geil ist, wenn man einfach nur diese Quests hier macht. Müsst ihr sagen. Ich will. Ich weiß es nicht, was ich alles so. Ne Dingens. Weil. Nicht, dass es noch irgendwann so kommt. Das sehe ich schon kommen. Dass ich irgendwann mal irgendwas grinden muss. Und. Das ist ja irgendwie für keinen. Sonderlich. Interessant. Weder für mich noch für euch. Da müssen wir mal. Muss ich mal gucken. Huch. Oh. Ein Event. Das kann ich machen. Danke Event. Das ist wieder das, wo ich die Schwarzwölfentur gefunden habe. Mal gucken. Kann man. Von anderen Charakteren übertragen. Gegenstände. Das kann sein, dass ich noch einen Schlüssel habe mit meinem anderen. Das wäre natürlich mega geil. Okay. Dann machen wir noch schnell das Event. Und dann. Oh. Verdammt. Mal runter. Mal einfach irgendwas hier. Zack. Oh. Oh. Mal schauen. Mal schauen, was hier haben. Oh. Winzige Ritualtasche haben sie. Nicht, dass sie noch eine Truhe haben. Das wäre. Mega geil. Schließt naheliegende Events ab. Was ist noch das Event? Was ist denn sonst das Event? Ach, stimmt. Ach, ne, es ist gar nicht das Event. Warte mal, das Event ist das da hinten. Was soll ich denn da machen? Das war gar nicht das Event, das ich gerade gemacht habe. Hier ist das Event nämlich. Was ist denn das Event? Beschützt den Behälter. Gegen die Flammenlegion. Flammenlegion, ja, da muss ich trotzdem noch die Flammenlegion. Hier, da sind... Oh, holy shit. Ganz viele. Hier, Feuer. Was? Unverwundbar? Unfair. Zack. Und rumspringen und schlagen. Und schlagen einfach. Oh, ich sterbe. Ich verliere gerade. Ah, ne, nicht das, sondern einfach mal draufhalten. So. Zack. Hat nichts gebracht. Egal. Ja, einfach alles, alles aufsammeln. Eisenpistole. Kann ich nicht. Ach, ne, Pistolen kann ich ja nicht. Doppel-F war ausweichen. Ne. V war ausweichen, ne? Okay. Ja, das ist wohl doch das Event. Das ist gut. Oh, sind da noch mehr? Ah, da sind sie alle. Wer ist unverwundbar? Yes. Zack. Zack. Und einfach mal da so rum und einfach draufhalten. Der lebt noch, ja. Mach ihn da auch. Er ist ja auch schon wieder tot. Mach mal den hier weg, hier. Zack. Oh. Fuck yeah. Level up. Ähm. Was kriege ich? Rüstung reparieren. Anschlagen, fertig. Achso, angeschlagen. Ja, das ist, wenn man stirbt. Hat man immer noch so ein bisschen... Oh, verdammte Kacke. Hat man immer noch so ein bisschen Zeit, um... ...noch so post-mortem was zu machen. Also man kann sich dann auch noch retten dabei. Okay. Auf jeden Fall. Nö. Okay. Oh, holy shit. Wie geht das? Warte mal, wenn ich... ...gehen hier... Achso. Boom. Alter. Holy shit. Man kann nicht einfach... Boom. Haha. Achso, das war ein PC. Schade. Ha. Boom. So kann ich XP fahren. Ist auch ganz lustig hier. Ähm. Ein Hirsch. Stirbhirsch. Haha. Keine Ahnung. Ja, ich glaube, heute habe ich einfach so keinen Plan, was ich machen soll. Generell. Hey, Hirsch. Zack. Zack. Hat mich der Hirsch gerade angegriffen? Das darf der gar nicht. Hier. Feuer in die Fresse. Okay. Ich habe einen Hirsch getötet. Immerhin. Ähm. Ich sehe auch, eine Viertelstunde ist bereits um. Würde ich mich nämlich erstmal von euch verabschieden. Und ja, falls euch die Folge gefallen hat, dann gebt dem Video einen Daumen hoch. Und falls ihr mehr von mir sehen wollt, dann abonniert meinen Kanal. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich von euch. Und bis zum nächsten Mal. Euer Sana. Und bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020